Seit 1993 sitzen die Freiheitlichen im Südtiroler Landtag. 2003 wurde Uli Maier zum ersten Mal ins Hohe Haus gewählt. In der Regierung waren sie noch nie, das hat sich jetzt geändert. Uli Maier ist Landesrätin, sie hat die Agenten Wohnen, Sicherheit und Gewaltprävention übernommen. Was dieser Wechsel für sie bedeutet und wie sie ihr Amt anlegen will, darüber spricht sie jetzt mit Elisabeth Barteli. Guten Morgen, Frau Maier. Guten Morgen, Frau Barteli. Frau Landesrätin Maier, haben Sie sich daran schon gewöhnt oder klingt das noch ungewohnt? Also der Begriff, dass ich jetzt mit Frau Landesrätin angesprochen werde, ist für mich wirklich noch ungewohnt. Daran muss ich mich wohl erst gewöhnen. Aber ansonsten mit der Idee, effektiv für Südtirol Verantwortung zu übernehmen, die ist ja schon jetzt länger gereift. Ich war am Haupttisch, am Verhandlungstisch dabei. Und da hat man eigentlich schon eine bestimmte Zeit gehabt, sich mit diesem Gedanken auseinanderzusetzen. Und das ist ein bisschen schon angekommen. Aber wie gesagt, die Anrede, die bin ich noch nicht gewohnt. War das jetzt genug Zeit schon zum Umdenken? Also sind Sie schon angekommen in der Mehrheit? Was ist denn da jetzt die grösste Umstellung? Ja, also wenn ich mich jetzt, wenn ich an letzte Woche denke, gerade was die Wahl des Präsidenten, des Vizepräsidenten anbelangt, da habe ich mich unwohl gefühlt und zum Teil auch geschämt. Ich kann mich an Wahlgänge erinnern in der Vergangenheit, was Präsidenten anbelangt oder auch Landesregierung, wo es auch nicht, wie soll ich sagen, mit dem ersten Wahlgang getan war oder auch nicht mit dem zweiten. Da hat es mehrere Anläufe gebraucht, aber da war die Opposition diejenige, die gepockt hat und die sozusagen Wahlen auch verhindert hat oder Wahlgänge verhindert hat, Wahlgänge auch blockiert hat. Wenn wir uns zurückerinnern an die Präsidentenwahl von Julia Unterberger, da ist es ja wirklich tagelang zur Sache gegangen. Und jetzt war es die Mehrheit, die gepockt hat und die eigentlich ein erbärmliches Bild abgegeben hat. Und in dieser Rolle habe ich mich unwohl gefühlt, das muss ich ganz deutlich sagen. Frau Mayer, kommen wir zu den Themen. Wenn wir zurückdenken an den Wahlkampf, da standen neben Gesundheit und Löhnen, Lebenshaltungskosten, das leistbare oder eben nicht leistbare Wohnen und die Sicherheit im Vordergrund. Und für zwei dieser Bereiche, für Wohnen und Sicherheit, sind jetzt Sie zuständig. Beginnen wir vielleicht mit der Sicherheit, einem freiheitlichen Kernthema seit langem. Sie haben die Lage oft kritisiert und Maßnahmen gefordert und im Wahlkampf dann gesagt, Südtirol kann es besser. Ihre Wähler haben jetzt sicher hohe Erwartungen. Sie haben die jetzt schon ein bisschen gedämpft. Hören wir kurz rein. Dass ich nicht persönlich hafte und verantwortlich sein werde, wenn es auch künftig Übergriffe gibt. So wie auch bei einem neuen Landesrat für Zivilschutz, wo Mohren herunterkommen, wird auch nicht primär er. Der schuldige sein. Persönlich haften Sie natürlich nicht. Aber welche Maßnahmen wollen Sie ergreifen, um Gewaltepisoden in Zukunft zu verhindern? Hier muss uns bewusst sein, dass wir eben im Rahmen der Zuständigkeiten und stets auch unter der Berücksichtigung der staatlichen Zuständigkeiten spürbare Maßnahmen setzen möchten. Zum einen natürlich ist es hier in diesem Bereich ganz wichtig, dass wir die Präventionstätigkeit verstärken. Dann natürlich versuchen, die staatlichen Sicherheitskräfte bestmöglichst auch in ihrer Arbeit zu unterstützen. Und diesbezüglich wird es ein Unterstützungsfonds geben. Der wird eingerichtet, um eben alle Polizeikräfte, sei es die Ortspolizei wie auch die staatlichen Sicherheitskräfte, besser auszurüsten. Auch was Einrichtung und Infrastruktur anbelangt. Dann natürlich die lokalen Polizeikräfte stärken, besser ausbilden. Dann auch das Berufsbild aufwerten. Vielleicht eine einheitliche Ausbildung auch. Denn hier habe ich schon jetzt in dieser kurzen Zeit erfahren, dass es auch hier unterschiedliche Ausbildungen gibt. Dann natürlich eine bessere Abstimmung und eine bessere Koordinierung aller Kräfte. Das wird natürlich dann auch ressortübergreifend geschehen müssen. Gerade wenn wir an die Präventionsarbeit denken, da wird es natürlich ganz stark auch davon abhängen, mit dem Ressort Soziales und Schule stark zusammenzuarbeiten. Und wir werden hier natürlich jetzt laufend evaluieren müssen, was läuft schon, was läuft gut, was geht gar nicht. Und wo muss man auch neue Wege gehen. Und ich glaube, wir haben uns in der Koalition darauf geeinigt, dass natürlich auch ein Augenmerk auf jene Jugendliche zu richten ist, die integrationsunwillig sind. Und hier ist auch Prävention unmissverständlich, unkonsequent. Das bedeutet, dass auch die Verantwortlichkeit der Eltern künftig bei Nichtbeachtung, die Verantwortlichkeit der Eltern muss viel stärker mit in die Präventionsarbeit hineinwachsen. Und wenn es nicht beachtet wird, dann muss es auch Konsequenzen nach sich ziehen. Und hier wird es künftig jetzt bei den ersten Treffen, die ja erst stattfinden, darum gehen, dass man wirklich ein Bündel an Massnahmen durchdiskutiert, auch sich ansieht, um dann zu einer Gesamtstrategie auch zu gelangen. Also die Zusammenarbeit mit Rom steht natürlich im Vordergrund bei der Sicherheit. Was kann Südtirol alleine machen? Das, was ich aufgezählt habe. Also wir sind uns bewusst, wo wir die Zuständigkeiten haben. Wir können die lokalen Polizeikräfte stärken, auch die staatlichen Sicherheitskräfte bei uns. Und es geht um die bessere Koordinierung. Und diesbezüglich, weil Sie es ansprechen, Rom, da wird es auch demnächst ein Treffen mit dem Innenminister geben. Denn uns ist bewusst, dass gerade die staatlichen Sicherheitskräfte, dass es hier Sensibilitäten gibt. Und hier ist es natürlich vom Vorteil, wenn der Innenminister grünes Licht gibt, dass wir ihm erklären, was wir in Südtirol vorhaben. Und ich bin da aber zuversichtlich und guter Dinge, dass ich künftig, wie gesagt, es wird ein bisschen Zeit brauchen, aber dass ich künftig schon einiges zum Positiven ändern kann. Was uns gelingen muss in diesem Bereich, ist die Führungsriege und die sogenannten oberen Etagen der staatlichen Sicherheitskräfte mit ins Boot zu holen. Denn all jene, die tagtäglich auf der Straße ihren Dienst verrichten, die haben sich schon rückgemeldet und die haben eine Art Hoffnung, dass jetzt wirklich sich etwas verändert, dass sie auch gehört und ernst genommen werden und dass sie ihre Arbeit so verrichten können, wie wir es als Gesellschaft von ihnen auch erwarten. Frau Mayer, Ihre zweite wichtige Zuständigkeit ist das Wohnen, das leistbare Wohnen. Die Tageszeitung Alto Adige titelt gerade heute wieder Bozen wie Mailand. Gemeint sind die hohen Wohnungspreise. Wie wollen Sie dafür sorgen, dass das Wohnen wieder leistbarer wird? Ja, auch hier muss natürlich evaluiert werden. Wie senken wir die Preise? Hier wird es auch steuerliche und raumordnerische Massnahmen brauchen. Die Bereitstellung grundsätzlich von leistbarem Wohnraum für die ansässige Bevölkerung ist ein Schwerpunkt. Das haben Sie vorhin auch bei der Anmoderation gesagt, sei es im Wahlkampf. Das ist ein nicht nur gefühltes Thema, sondern wirklich Realität, auch für junge Familien, für die soziale Integration. Wir sehen darin natürlich auch leistbaren Wohnraum zu schaffen. Als ein wirksames Mittel gegen die Abwanderung unserer gut ausgebildeten klugen Köpfe und vielleicht auch als wirksames Mittel, um Menschen, die jetzt längere Zeit im Ausland schon gearbeitet haben, wieder zurückzuholen. Und auch hier finden jetzt natürlich zahlreiche Treffen statt, wo man die einzelnen Geschichten durchdiskutiert. Was uns besonders wichtig ist, ist einerseits natürlich der soziale Wohnbau, der gestärkt wird, auf der anderen Seite aber auch eine öffentliche Wohnbau-Offensive. Auch Mietwohnungsangebote müssen geschafft werden. Hier ist es ganz wichtig, dass wir Anreize schaffen, dass es einen Vermieterschutz gibt. Wir wollen einen Vermieterschutzfonds einrichten. Und es wird halt jetzt wirklich darum gehen, dass man sich auch hier ein Bild macht, was ist kurzfristig möglich, was ist mittelfristig möglich, was ist langfristig möglich. Und auch in diesem Bereich gilt es natürlich, dass Versäumnisse der letzten Jahre jetzt nicht in drei Monaten behoben werden können. Frau Mayer, wir sprechen von leistbarem Wohnen. Was ist leistbar für Sie, Ihrer Meinung nach? Für mich ist leistbar, dass sich Südtiroler ihre Heimat mit ihrem Einkommen leisten können. Und hier wird man auch über neue Modelle des Wohnens diskutieren müssen. Wohnen ist ein Grundrecht. Und da gibt es zahlreiche Ideen und Beispiele, die jetzt natürlich laufend in den Treffen besprochen werden. Aber hier sich jetzt auf bestimmte Modelle festzunageln, das wäre jetzt noch verfrüht. Jetzt finden erst einmal wirklich die gesamten Treffen mit allen Führungskräften, auch mit den Wohnbauführungskräften und so weiter statt. Und dann wird Step by Step, wird man sich dann auch, wir werden uns Fristen setzen, das ist auch klar, aber man wird dann Step by Step schauen, womit wir als erstes beginnen können. Frau Mayer, abschließend noch mit der Bitte um eine kurze Antwort. Sie waren 20 Jahre auf der Oppositionsbank, wir haben es schon angesprochen. Glauben Sie, dass Sie der politischen Minderheit im Landtag deshalb anders begegnen werden als andere? Werden Sie versuchen, sie stärker einzubinden? Selbstverständlich. Und ich glaube, das habe ich auch jetzt in den letzten Sitzungen schon gezeigt. Es ist mir ein großes Anliegen, gerade weil ich aus der Opposition komme, die Vorwürfe an die Mehrheit kenne, ist es mir natürlich ein Anliegen, dass auch hier eine neue Art der Politik möglich ist, dass auch hier ein neuer Umgang und ein neuer Stil gelebt wird. Und ich glaube, dass ich hier auch ein gutes Bindeglied von der Regierung zur Opposition sein werde. Und was mich anbelangt, ich werde mich sicherlich nicht ändern, nur weil ich den Sitzplatz im Landtag jetzt gewechselt habe. Vielen Dank, Frau Mayer, für das Gespräch. Danke Ihnen. Vielen Dank.